guten morgen ihr lieben wir sind gerade aufgestanden und werden jetzt einmal gucken dass wir euch heute wieder mit durch den tag nehmen denn wir warten auf pakete vom möbel schweden und hoffen dass die heute ankommen die sollten wirklich morgen nicht heute kommen genau gestern haben wir eine e mail bekommen dass sie heute kommen sollen aber gestern abend und da waren sie noch nicht mal verschickt dementsprechend überlegen wir ob das wirklich so ist oder nicht aber das seht ihr wenn ihr uns heute mit durch den tag begleitet viel spaß the story of my life jetzt ist gerade schon dabei frühstück zu machen das kommt von unserem solar stream aber ja einmal ein bisschen wasser für den tag denn wir trinken heute beide ein bisschen oder nicht heute sondern generell gerade weil ein bisschen wenig deshalb ist das unsere maschinerie ja ich habe sogar mittlerweile eine app kann ich euch nachher einmal zeigen die nennt sich trinkwasser und laut der soll ich am tag 2,9 liter trinken und versuche es auch gerade einzuhalten hier steht auch noch der römer topf von gestern das mehl wieder trocknet damit man es leichter wieder rauskriegt denn ich habe gestern wieder gebacken diesmal nicht das lustig dummbrot sondern wie heißt es das einfachste brot der welt von eni mai glockjes oder so wie auch immer fandmei glockjes und das habe ich ganz cool gebacken mit parmesan aber das brot ist nur ungefähr halb so groß wie das andere deshalb reicht uns das immer so für anderthalb zwei tage das wird wahrscheinlich auch heute wieder schnell leer sein aber dafür ist es super lecker am besten einfach warm mit butter und salz was gibt es für dich zum frühstück ich werde heute mal kein brot essen und dann haben nicht ganz also ich werde glaube ich ein so eins klar zu mir und da oben irgendwie minis oder so was ja ich hab immer hier oben so eine kleine armada stehen wir haben glaube gerade sind hier minis wir haben diese schoko schiffchen was haben wir noch smacks fruit loops genau und die verbastle ich hier und in den anderen, das habe ich euch noch gar nicht gezeigt, in den anderen Blechdosen habe ich Zucker, Mehl, Soßen, so Dipsaußen, die wir von McDonalds oder sowas früher immer noch über hatten, die habe ich da mit drin, Reis, Knödel, genau alles so und da oben sind noch die Vasen verstaut. Und worüber ich mich richtig freue, Nils hat es geschafft, vor zwei, drei Tagen die Küchenmaschine hier fest einzubauen, dass ich die nicht immer aus der Abstellkammer holen soll oder holen muss und sie gleich griffbereit habe. Das heißt, ich muss hier nachher nochmal ein bisschen Ordnung machen, den Rest weg vom Backengest, denn das habe ich nicht mehr geschafft und dann ist hier auch wieder ein bisschen mehr Ordnung. So sieht das fancy Frühstück eines YouTube-Stars aus. Weder noch. Ich habe dreimal Brot mit Butter und hier unter meinem Käse habe ich noch so geilen Feigensenf, den gab es letzte Woche, vorletzte Woche bei Lidl, der ist super lecker, den haben wir schon dreimal jetzt gekauft und das ist das zweite Glas, das wir aufgemacht haben. Ein Kiba dazu und wir gucken eine Runde Netflix und zwar schauen wir Nailed It. Nailed It ist eine Backsendung, ich habe die schon durchgeguckt, es gibt glaube ich vier Staffeln plus die zusätzlichen Holiday Staffeln und zwar ist es eigentlich eine Backshow, in der die Leute nicht backen können. Es treten immer drei Leute gegeneinander an in zwei Runden und es ist meistens eine riesen Katastrophe, aber es ist super lustig und solche Fehler wie Backform nicht einfetten, Zucker und Salz verwechseln und was noch, ja, das, ja, weiß ich nicht, die Creme schon drauf machen, während die Böden noch heiß sind, das passiert denen quasi in jeder Folge und es ist so lustig, wenn man einfach sieht, wie die Sachen eigentlich aussehen sollen und wie sie dann zum Beispiel da oben am Ende aussehen. Das gibt es jetzt zum Frühstück dazu. So, ihr wundert euch bestimmt, dass hier eine Kiste ist, wo ganz viele Ladegeräte drin liegen und eigentlich ist diese Kiste auch für was anderes, naja, das kann man leider jetzt hier gerade nicht zeigen. Eigentlich ist da drin ein, wie nennt man das, das ist eine Monitorerhöhung, die ich gleich noch zusammenbauen muss, aber weil der Karton für diese Monitorerhöhung eine ziemlich gute Größe hat, ist mir eine Idee gekommen, die ich euch kurz erklären werde. Und zwar ist es so, dass wir natürlich jetzt durch das ganze Vloggen ziemlich viele Ladegeräte brauchen für verschiedene Kameras, für Softboxen, für alles mögliche. Und ja, wir haben die Ladegeräte immer irgendwo rumliegen, rumfliegen und ich hatte die Idee, dass man das vielleicht sammeln könnte in einem schönen Aluminiumkoffer, da noch eine Steckdosenleiste mit einbaut und dann die Ladegeräte alle an einem Ort hat und dann natürlich auch immer wegtragen kann, wenn man sie irgendwie stören oder wenn man sie nicht mehr im Bild haben möchte oder nicht mehr in der Wohnung dastehen haben möchte, wo sie gerade stehen. Und wie ich gerade schon sagte, hat dieser Karton ziemlich coole Maße, die ich glaube ganz gut dafür nutzen kann. Und deswegen werde ich jetzt diesen Karton mal ausmessen und werde später gucken, ob ich irgendwo online einen Koffer kriege, der ungefähr diese Maße hat, um dann nachher die Ladegeräte mit beidseitigem Klettband, damit man die auch wieder rausnehmen kann, darin einzubauen. Ja, das ist zumindest die Idee. Falls euch das interessiert, kann ich das auch gerne nochmal zeigen, wenn ich es dann irgendwann baue. Nur jetzt sind erstmal die Vorbereitungen. Ich messe erstmal einfach den Karton aus und schaue, ob ich etwas finde, was in der Größe ist. Die Box ist ausgemessen und jetzt werde ich gleich mal irgendwann schauen, ob ich da etwas Passendes im Internet finde. Ja, und jetzt kommt der eigentliche Plan, den ich jetzt auch noch vorhatte. Ich werde die Monitorerhöhung aufbauen und damit nachher das Arbeiten am Rechner noch etwas besser ist, etwas bequemer, etwas ergonomischer. Genau, und ich hoffe, es dauert nicht zu lang. Es sind ein paar Teile. Es ist aus Holz, habe ich gesehen. Es ist eigentlich so ein bisschen wie Ikea, das System, glaube ich. Mal schauen, wie lange ich ungefähr dafür brauche, etwas zusammenzubauen. Und schaue einfach zu. Und schaue einfach zu. So, fertig ist das gute Stück. Ging echt schnell. Ich glaube, irgendwie eine Viertelstunde war das ungefähr. Maximal, ja, sieht sehr stabil aus. Ich bin sehr gespannt, ich werde es gleich aufbauen und kann es dann auch nochmal zeigen. Aber jetzt einmal der Rotzustand, sieht so aus. So, das Ding ist jetzt ja in Einzelteilen und ich habe hier gerade mal schon ein bisschen aufgeräumt, auch ein bisschen geputzt, damit Platz ist. Und, ja, das ist hier ganz kurz so meine Technik-Ecke, wo ich den Videoschnitt mache am Mac und auf dem zweiten Monitor. Und, ja, auch noch ein bisschen Musik mache manchmal ab und zu. Und, ja, diese beiden Monitore stehen halt relativ tief. Und jetzt würde ich die Mocken absetzen. Dafür habe ich jetzt schon mal das Mittelteil. Und, ja, das muss ich jetzt dahinter bauen. Ich wollte natürlich nicht alles abkabeln, weil, oder entkabeln oder wie man das dann nennt. Und, ja, das wird sich zeigen, ob das schlau war oder nicht. Das sieht doch schon mal ganz gut aus. Ähm, ja, ob das jetzt die richtige Höhe ist und die richtige Einstellung und alles, das mache ich gleich in Ruhe. Im Endeffekt, so soll es aussehen, kommt noch die Tastatur davor, mein kleines Keyboard, mit dem ich ab und zu ein bisschen Tönchen einspiele. Ja, aber ich finde es schick. Ja, aber ich finde es schick. Ich habe so wunderschöne Tulpen gekauft am Wochenende. Die sind von Lidl gewesen. Ich glaube, zwei Sträuße. Ich habe nur jeweils die unteren Blätter abgemacht. Und dann habe ich schon alle in meine schöne Vase gepasst. Aber sie wachsen und wachsen und wachsen und wachsen. Deshalb musste ich sie gleich noch einmal schnell schneiden und beziehungsweise kürzen. Und Nils war ja so lieb und hat die leckere Quiche gemacht. Und ich mag keine Quiche, aber die war echt gut. Die habe ich gegessen und nachgenommen. Das ist für mich wirklich selten. Und Nils war überrascht. Aber, ähm, genau. Wer gekocht hat, muss nicht abräumen. Deshalb mache ich das gerade. Und bringe noch einmal schnell die Küche auf Vordermann. Und dann mache ich die Blümchen und dann geht's wieder rüber. Und dann mache ich das gerade. Meine Tülpchen sind fertig. Und sie sehen so schick aus. Allerdings ist in der Mitte jetzt so viel Grün und Blatt, dass die schönen Blüten alle so nach außen gedrückt sind. Ich muss mal gucken. Vielleicht entferne ich doch nochmal wieder ein, zwei Blätter. Spätestens beim nächsten Schneiden dann übermorgen. Aber bis dahin sind die voll schön. Und Nils ist da oben am Daddeln. Aber hier sind noch meine schönen Krü-Krü-Krü-Krü-Sant-Dings da. Wie heißen die? Krü-Sant-Ding-Nem-Mön. Wie auch immer. Jedenfalls sind die total hübsch. Die sind eigentlich so ein schönes Dunkel-Lila. Das will die Kamera gerade nicht. Und ich habe sie zusätzlich auch nochmal hier in diese kleinen Vasen von Detpo mit reingemacht, weil ich dafür noch nichts hatte. Und in die Vase hier... Warum auch immer wir jetzt Streifen an der Wand haben. In die Vase hier habe ich das Pampasgras gemacht, was die Woche angekommen ist. Oder letzte Woche sogar schon. Und ich war echt schockiert. Das war ein Pastellrosa, was ich bestellt habe. Und in echt ist es ungefähr die Farbe von meinem Fingernagel. Aber die sind jetzt nochmal eine ganze Ecke aufgegangen. Dadurch, dass sie natürlich so eng beieinander waren. Vorher so eng gebunden. Damit sind sie ein bisschen blasser geworden. Aber Pastellrosa ist das immer noch nicht, würde ich sagen. Ich mag es trotzdem. Ich bin euch noch etwas Kleines schuldig. Und zwar hatte ich vorhin erzählt von meiner App Trinkwasser. Es ist keine Werbung, keine bezahlte Kooperation. Es ist nur etwas, was mir gerade hilft, mehr zu trinken. Und ich habe eben daran gedacht, weil ich nämlich gerade eine Push-Up-Benachrichtigung bekommen habe, wie viel und was ich trinken soll. Genau, es ist jetzt 19.30 Uhr. Also 19.30 Uhr. Deshalb steht das ja alles mit Uhrzeit. Ich soll das nächste Mal... Also jetzt sollte ich eigentlich 900 Milliliter Wasser trinken, weil ich vorher nichts getrunken habe. Und dann um 21 Uhr nochmal 500 Milliliter und so weiter. Und zwar ist das eine App. Ihr könnt ganz am Anfang, wenn ihr euch dort anmeldet, das ist eine kostenlose App, könnt ihr ein Profil anlegen. In dem Profil steht dann drin euer Geschlecht, euer Gewicht, Größe und dann das Tagesziel, wie viel man trinken soll. Dann kann man noch zusätzlich angeben, ob man besonders aktiv ist und Sport macht. Und wie ging das denn? Ich glaube auf Bearbeiten. Genau, also ob man noch Sport macht, das machen wir ja gerade. Deshalb hat er mir da nochmal 500 Milliliter Wasser mehr drauf gerechnet, die ich trinken soll. Ob man schwanger oder stillend ist als Frau oder ob man aus sonstigen Gründen nochmal mehr trinken sollte. Das kann man alles ankreuzen. Dann gibt es nochmal die Möglichkeit, das vom Wetter abhängig zu machen. Das habe ich auch angegeben. Sprich, an heißen Tagen soll ich dann nachher mehr trinken als an kalten Tagen, um das natürlich zu kompensieren. Dann kann man seine Push-Benachrichtigungen an- und ausstellen. Was ich halt ganz cool finde ist, es sind, na, ich will nicht ganz so hoch, ich will dahin auf das Plus. Es sind ein paar voreingestellte Getränke mit in der App. Man könnte eine Bezahlversion kaufen, dann wird auch keine Werbung eingeblendet, aber wir machen das jetzt so. Ihr könnt angeben, was ihr trinkt. Sprich, ob ihr Wasser trinkt, Kaffee, Tee, Süßgetränk, Saft, Milch, was Isotonisches, Bier, Wein, was auch immer. Bei den Getränken, die kein Wasser sind, rechnet er euch dann auch nur Prozente an und nicht die komplette Menge an Getränk oder das komplette Volumen. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel harten Alkohol trinkt, der euch Wasser entzieht, wird er euch dafür natürlich nichts anrechnen. Deshalb 0%. Beim Wein, weil er nicht so viel entzieht, würde er euch 50% anrechnen und, und, und. Bei mir ist es aber eigentlich eh immer nur Wasser, was ich trinke. Morgens mein Saft und Tee. Das heißt, hier sind auch schon so voreingestellte Getränke von der Milliliteranzahl. Aber ich habe auch, wie ihr seht, hier oben noch einmal ein Getränk selber erstellt, weil unsere Solastream-Flaschen nämlich 700 Milliliter haben. Und wenn ich die einmal schnell austrinkt, dass ich das dann gleich vereinen kann. Dann habt ihr hier die Übersicht, wie viel ihr über den Tag schon getrunken habt. Sprich, erst mal prozentual, wie viel ihr insgesamt schon habt. Und aber auch aufgeteilt in den Farben. Grün ist wieder Saft, blaues Wasser, rotes Tee, wie eben auch schon. Und dann seht ihr, was ihr an welchen Anteilen getrunken habt. Und das fällt mir gerade leichter, damit zu trinken, weil ich zu wenig trinke, als wenn ich es halt komplett alleine dran denken müsste. Und dann habt ihr auch noch die Tagesanzeige, wo noch einmal genau aufgelistet ist, zu welcher Uhrzeit ihr wann was getrunken habt. Ich habe natürlich nicht um 15 Uhr gefrühstückt. Ich habe es natürlich einfach vorher vergessen. Ich könnte allerdings auch über Bearbeiten noch einmal die andere Uhrzeit einstellen von heute früh. Habe ich jetzt aber keine Lust, weil es für mich nicht so wichtig ist. Für mich ist es wichtig, dass ich die Menge über den Tag hinkriege. Genau. Und das ist die App Trinkwasser. Wie ihr ja bestimmt auch alle wisst, gibt es jetzt ja das Maskengesetz in Deutschland, dieses bundesweite Gesichtsmaskengesetz. Vorgabe, wie auch immer wir es nennen wollen. Jedenfalls haben Nils und ich noch keine Gesichtsmaske. Und deshalb wollte ich jetzt mal auf Etsy gucken, ob wir da irgendwie was finden, was uns gefällt. Wir haben bisher ja noch keine gebraucht und hatten deshalb noch keine. Aber jetzt dachte ich, es ist vielleicht doch mal an der Zeit. Deshalb wollte ich mal schauen, ob ich irgendwas finden kann. Ihr könnt mir ja schon mal schreiben, was ihr für eine nutzt oder ob ihr... Na, will er nicht. Oder ob ihr gar keine Maske nehmt, sondern stattdessen mit einem Schal rausgeht. Das wäre nämlich auch erst unser Gedanke. Oder ob ihr doch was habt. Ich wollte gerne irgendwas Hübsches. Also sprich nicht schwarz. Ich wollte gerne irgendwas, was nicht heißt schwarz, nicht hübsches. Ich wollte nur irgendwas, wenn dann auffälligeres haben. Das ist ja auch süß. Mit, ähm... Hier, wie heißen die? Mit kleinen Faultieren. Das finde ich schon mal ganz cool. Das speichere ich mir schon mal. Mal gucken. Nils wollte ich irgendwie gucken, ob ich was mit Totenköpfen kriege. Schatz, was meinst du? Das was für dich? Ja, zum Beispiel. Zum Beispiel, okay. Ich habe auch keine Ahnung, ob es da irgendwelche Größen gibt. Das finde ich auch ganz niedlich. Da sind auch schon irgendwelche Bewertungen drauf. Genau, ich werde jetzt hier mal ein bisschen stöbeln. Der hier ist ja auch der Hammer. Aber ich glaube nicht, dass es der wird. Genau, ihr könnt ja mal wirklich erzählen, was ihr denn habt. Oder lieber so eine Kuh. Kuh ist auch cool. Kuh wie cool. Ja, ich weiß auch nicht, ob wir gleich zwei bestellen sollten pro Person, dass man irgendwie so ein bisschen wechseln kann, weil man sollte ja auch zweimal am Tag waschen und kochen. Dann ist natürlich auch immer irgendwie was in der Wäsche. Und dass man dann schnellstmöglich das nächste hat. Hier habe ich nochmal irgendwelche Totenköpfe. Ich glaube aber nicht, dass die was für ihn sind. Mal schauen. Ich werde da jetzt mal was suchen. Und wenn ich was gefunden habe, dann zeige ich euch meine Ausbeute. Wir wollten ja jetzt eigentlich bestellen die Masken. Aber wir haben uns dagegen entschieden. Denn wir haben gesagt, entweder auffallen, dann mit Masken, die wir richtig cool finden, für einen bezahlbaren Preis. Oder aber wir können eine günstige kaufen, die es überall gibt. Und sind dann einfach quasi Teil der Masse. Und wir hatten jetzt zwei Masken, zwei oder drei Masken rausgesucht, die wir ganz cool gefunden hätten. Dafür wollten die allerdings 55 Euro. Und dafür, dass wir die vielleicht zwei, dreimal tragen und danach nie wieder haben wir uns jetzt erst mal dagegen entschieden. Denn bei uns unten an der Apotheke gibt es auch welche, die wir für 9,90 Euro, glaube ich, pro Maske kaufen können. Und dann werden wir da morgen mal hin und mal fragen, was die denn haben. Und gucken, ob wir dann eher da was kaufen, falls die denn noch welche da haben. Genau. Aber, ja, ganz schön viel Geld. Wir haben gerade gesagt, mit diesem, ja, mit diesem Geschäftszweig lässt sich gerade vieles gutes Geld verdienen. Für uns geht es jetzt nur noch aufs Sofa, beziehungsweise sind wir schon auf dem Sofa und werden gleich, ich denke mal, ein paar Minuten dann anfangen, einen Film zu gucken. Wir haben nämlich jetzt für heute auf dem Plan Baymax. Genau. Heute wollten wir Baymax gucken. gestern hatten wir noch die Fortsetzung von Ralf Reichs geguckt. Die hieß irgendwie Chaos im Netz und wir haben gesagt, das ist die erste Disney- oder Pixar-Fortsetzung, die wir wirklich mochten. Und es war total niedlich, der Film. Also wer das noch nicht gesehen hat, wir können das nur empfehlen. Und auch eben die Fortsetzung davon. Und jetzt gucken wir mal, was Baymax heute kann. Ach, was mir noch einfällt. Ich habe ja heute Morgen vom Schweden erzählt, vom Möbelschweden, der heute liefern sollte. Von dem haben wir natürlich jetzt eine E-Mail bekommen im Laufe des Tages, dass es frühestens übermorgen soweit sein würde. Und ja, da müssen wir jetzt mal abwarten und erst dann können wir natürlich dann auch wieder umbauen und ja, euch was Neues zeigen. Aber bis dahin sehen wir uns bestimmt nochmal zwischendrin wieder. Und ich würde sagen, bis dann. Ciao, ciao.